Es war nämlich so, mein erster Film, Hieranty, da hatte ich wieder unglaubliches Glück und ich will nochmal darauf hinweisen, dass man zu all dem Unvermögen, das man braucht, eben auch Glück braucht. Also ich meine es ganz ernst, zu dem Unvermögen, das man hat und das man unbedingt entwickeln und durchleben muss, Failure, braucht man eben dann auch manchmal Glück, das ist ganz klar. Der zweite Film, den ich dann nach Hieranty gemacht habe, wo Sie gleich einen Ausschnitt sehen werden, der hieß Winterreise und bei diesem Film hatte ich zum Beispiel auch eine sehr interessante Erfahrung mit Scheitern. Der Film handelt vom totalen Scheitern eines Mannes und, das war aber für mich viel interessanter, dieser Film ist zur Hälfte sehr gelungen und zur Hälfte total misslungen. Und ich habe versucht, diese beiden Komponenten so ineinander zu verweben, dass es möglichst nicht zu stark zum Vorschein kommt. Und das hat, glaube ich, geklappt. Aber auch da war es ganz klar, es war eine große Ehre, hier zum Beispiel mit diesem Film zu eröffnen, hier in München. Es war ganz toll, Preise für diesen Film zu bekommen. Aber in all der Zeit oder in dem Machen habe ich eben nie vergessen, wie stark das Scheitern mich sozusagen immer beeinflusst hat. Also welche Kräfte das eigentlich in mir freigesetzt hat, zu akzeptieren, dass ich total gescheitert war und dass ich ganz neu anfangen muss und in diesem Prozess auch keine Garantie dafür haben werde, mit Sicherheit nicht dafür haben werde, dass es nicht wieder passiert. Aber dieses Scheitern, das sollte man sich irgendwie echt übers Bett hängen, gerade fürs Filmemachen, weil es gibt niemals eine Gewissheit, dass man etwas hat, was man wirklich weitertragen könnte, meine ich, außer ein bisschen Erfahrung. Aber beim Filmemachen, so wie ich es verstehe, als totale Leidenschaft und Hingabe, ist es Scheitern natürlich inbegriffen. Das muss so sein. Und ich hoffe jetzt nicht, dass das als Koketterie rüberkommt. Das wäre fatal. Also mit Scheitern zu kokettieren, das geht auf gar keine Wahl. Ich hoffe auch weiterhin natürlich nicht, dass Sie die Empfindung haben, dass es nur ein negativer Vortrag jetzt von mir wäre. Aber das Tolle ist, für diese 60 Studenten, die hier die Filme zeigen, wäre es eine Riesenmöglichkeit, das Scheitern jetzt schon ganz toll vorwegzunehmen und zu sagen, eine solche Scheiße habe ich hier gemacht und gezeigt und ich muss es anders machen. Weil wenn man das Scheitern in dem, was wir tun, Filme machen, irgendwie auf den ersten Feature-Film verlegt, dann kann es eben zu spät sein. Und das finde ich sehr, sehr bitter. Und dafür sollten Filmhochschulen eben auch offen sein, dass man dort als Programm eben scheitern darf. Es gibt einen amerikanischen Filmemacher, den ich sehr bewundere für seine Art, wie er Filme macht. Und das Beste ist, sein Name fällt mir nicht ein. Es ist ein wunderbarer Filmemacher, weil er machte Mainstream Filme. Er machte letzte Jahr einen wunderbarer Film, wieder über eine depressive Frau in einer Familie, die in den Cinemas kam in den letzten Jahr. Genau. Was ist sein Name? Mike Nichols? Demi. Ah, es ist Demi wieder. Okay, are you sure? I'm so sorry, this is depressing. What was this movie with the marriage? Rachel Getting Married. Who's the director? Jonathan Demi. Okay, I'm so sorry. It's Demi, of course. Also wenn ich gesehen habe, was der mit dem Schweigen der Lämmer gemacht hat und so was der zehn Jahre später in der Lage ist mit Rachel Getting Married und dazwischen einfach noch einen wundervollen Dokumentarfilm macht, bei Andreas Ströll war er eingeladen als Filmemacher, also von Karriere ist da überhaupt keine Rede. Karriere ist der falsche Gedanke fürs Filmemachen. Und ich wage zu sagen, dass Jonathan Demi dieses sehr wichtige Gen des Scheiterns absolut inhaliert hat und versteht, was es eigentlich bedeutet. Und es ist natürlich ganz klar, ich habe mal mit einem alten Mann gesprochen und habe ihm gesagt, er soll mir doch mal sagen, was Leben eigentlich ist. Und er hat gesagt, Leben ist Scheitern. Und das ist ein wundervoller Satz, finde ich. Und wenn man den eben nicht negativ begreift, sondern wirklich als Spiel, als ein ganz tolles Spiel, dann kann man wahrscheinlich auch ganz tolle Filme machen, nehme ich an. Ich habe es vielleicht noch nicht ganz getan, aber ich würde Ihnen jetzt sehr gerne einen kleinen Ausschnitt eben noch aus meinem Abschlussfilm an der Filmhochschule, der gleichzeitig mein erster Feature-Film war, zeigen, damit sie sehen, wie sich sowas weiterspinnen, so eine Idee einfach. All apart from my first feature, finde Hirankl, it's a story about a family where a daughter comes back home to see her mother again, which she saw for many years not. And she's encountering a strange foreign person and she's going to fall in love with him and she's going to have sex with him and she's going to discover that it's her father and she's going to have sex again with him because she doesn't want to believe it's her father so she's going to fuck against this reality. But of course she's failing, as you may guess. And in the end, it's kind of a piece in this film because the family encounters some secrets and is really destroyed in a way but everybody knows in the end. and so everybody, I suppose, could start in this movie.